Ja, hallo. Wer mich kennt, weiß, ich hasse es, an Mikrofon zu stehen. Einer der Gründe, warum ich mich in meinem Jahr im Bundesverstand darauf konzentriert habe, nur intern zu arbeiten, hat dazu geführt, dass wir offiziell nur eine Frau im Bundesverstand haben mit Marina. Hallo, ich bin die Zweite. Ihr Name ist Gedeon. Meine Aufgabe im Bundesverstand war vielmehr die Organisation der Öffentlichkeitsarbeit. Dort habe ich ziemlich viel gemacht. Ich habe eine Menge umstrukturiert. Ich habe damit begonnen oder fortgeführt, was vorher schon da war, die Presse-Teams auf Bundes- und Landesebene miteinander zu vernetzen, mit Live-Treffen, mit regelmäßigen Mammeltreffen, mit so viel wie möglich Austausch und Zusammenarbeit. Ich habe die Öffentlichkeitsarbeit insgesamt umstrukturiert in Form von Servicebrücken. Wir haben unheimlich tolle Teams, die jetzt das Lektorat auf ganzer Bundesebene machen. Wir haben ein Team. Wenn ihr mich so viel antwittert, dann kann ich meine Notizen auf meinem iPhone nicht mehr lesen. Wir unterstützen nicht mehr die für Schle